Die Zusammenfassung von Emilia Galotti als Chat. Viel Spaß! Bild von Gräfin Orsina ist fertig. Joa, ganz nett. Oh, sorry, das Bild war nicht für dich. Das bürgerliche Trauerspiel von Gotthold Efraim Lessing beginnt damit, dass sich der adelige Prinz Hettore von Guastala unsterblich in die bürgerliche Emilia Galotti verliebt. Alter, diese Emilia ist ja wirklich hot. Gerade ein Bild von der gesehen. Jo, aber sie soll den Grafen Appiani heiraten. OMG, die gehört mir. Chill, ich mach dir die Kleine klar und kümmel mich um das Problem. Bester Diener. Tja, dummerweise ist Emilia aber schon dem Grafen Appiani versprochen. Das soll den egoistischen und überheblichen Prinzen allerdings nicht davon abhalten, sie für sich zu gewinnen. Sein treuer Diener Marinelli macht sich gerne für den Prinzen die Hände schmutzig. Gude, Graf Appiani, ich hab einen Auftrag für Sie. Sorry, keine Zeit, ich heirate. Nee, ist dringend. Du musst sofort für den Prinzen verreisen. Nerv nicht, ich nehm grad keine Aufträge an. Aber Marinelli geningt es nicht, den Grafen von der Hochzeit abzuhalten. Allerdings wird danach von einem Überfall berichtet und dass der Graf Appiani dabei ums Leben kam. Ist ja wohl klar, dass Marinelli dabei seine Finger im Spiel hatte und das Attentat arrangiert hat. Emilia flieht und landet beim Prinzen im Schloss. Der kümmert sich natürlich gerne um die verschreckte junge Dame. Meine Kleine, alles okay? Mama, alles gut. Ich bin beim Prinzen. Komm, Süße, leg das Handy weg. Ja, okay. Emilias Mutter Claudia weiß, dass der Prinz und sein Diener Marinelli hinter dem Mord stecken. Sie waren das. Sie haben meinen Schwiegersohn auf dem Gewissen. Ich weiß gar nicht, wovon sie reden. Mörder, Entführer. Dafür werden sie bezahlen. Alter, das hast du ja wohl mal komplett verkackt. What the fuck? Er ist tot. Das wolltest du doch. Ja, Mann, aber doch nicht so. Der Prinz ist zwar entsetzt über das Vorgehen von seinem Kammerherrn Marinelli, verfolgt aber seinen Plan weiter, Emilia für sich zu gewinnen. Erinnert ihr euch noch an den ersten Chat mit dem Hofmaler? Ja, eigentlich ging ja das Gemälde von der Gräfin Orsina an den Prinzen. Die hatten nämlich was miteinander. Bis der Prinz sich dann plötzlich in Emilia verknallt hat. Prinzi, Süßer, wann sehen wir uns? Sorry, kein Interesse. Das läuft nicht mit uns. Was willst du bloß mit der Kleinen? Die passt doch gar nicht zu dir. Ich weiß, dass ihr Apiani auf dem Gewissen habt. Die ist jetzt natürlich gekränkt und hat das Spielchen vom Prinzen direkt durchschaut. Oh, oh. Ich weiß, wer ihren Schwiegersohn umgebracht hat. Ich weiß, der Diener des Prinzen. Ich werde mich rächen. Raten Sie mal, wer ihm den Auftrag erteilt hat. Der Prinz? Ich bringe ihn um. Orsina ist es, die Emilias Vater Odoardo brühwarm erzählt, dass der Prinz den Verlobten auf dem Gewissen hat. Emilia, mein Kind, warum gibst du dich mit denen ab? Ist dir klar, dass dieser Diener und dieser Prinz deinen geliebten Grafen umgebracht haben, um an dich ranzukommen? Echt? Wie konnte ich das nicht sehen? Ich bringe mich um. Aber Selbstmord wird mit der Hölle bestraft. Also bitte töte mich. Okay. Ich rette dich und bringe dich um. Okay. Ganz so entspannt läuft das natürlich nicht ab. Aber tatsächlich endet das Drama so, dass Emilias Vater Odoardo seine Tochter mit einem Dolch, den er von Orsina bekommen hat, tötet. Scheiße, das war alles ein Riesenfehler. Ich wollte das nicht. Emilia, die Liebe meines Lebens ist tot. Jo, alles falsch gelaufen. Bin down. Du bist an allem schuld. Hau bloß ab. What? Das war mal eine wirklich andere und kurze Zusammenfassung von Lessings Emilia Galotti. Im nächsten Video findet ihr die Analyse dazu. Mal sehen, ob die auch so verrückt wird. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben und lasst ein Abo da. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.